Nein! Ich schicke Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Mir nützen ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Du hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. Wo hat es angefangen? Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein! Nein! Evee! Bitte! Evee! Zoe! Zoe! Was zur Hölle! Was zur Hölle! Was zur Hölle! Mama! Jangan! Jelan. Wie? Wie? Ethan? Ethan! 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 Wie? 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 Sie sind tot. Sie sind alle tot. Was ist? Der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sich alle umgebracht. Oh Mist. Was zur Hölle was passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt es hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Das ist ein bisschen. Wir brauchen hier. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen. Das war's. 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 Das war's.